mir geht es gut aber mir geht es gut die nur 20 ich habe den geschrieben ich habe bis jetzt noch keine antwort bekommen wie soll ich hoffe ich hoffe mal gut gegen mich bin ich schon wo kommt ne haut rein was ihr wollt an musik ich ja alles also klar nicht dass ich mögen würde aber muss ich ja wenn ich sage ich jetzt anbieten muss ich ja auch her leider aber ich sage euch bescheid wenn ich was von dino wieder ja 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 Ja. Naja, gegen Warrior am Anfang ist schwer. Habt auch kein Farm verlieren hier. Oh, fuck you. Oh, they fucked up. In-game sound slight. Keine Ahnung. Bist du leise oder nicht? Oh Leute, getimed ein paar. Was geht da nicht bei meinem Team ab? Oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, solange ihr mich hört, das ist alles wichtigste, Liki. viel glück an die fänden bruder eskalation auf der duren ja die 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 beleidigen sich zu tun kann kann ich mal hochspolen totem pelis ja altball für dich ist da zu leise wegen handy was da kann ich dann auch nicht viel machen aber du hast ja meine sexy stimme guter fokus totem halt zum maul ich weiß totem ist wichtig und so aber dafür werde ich jetzt nicht meinen rücken brechen der domi was geht ich habe die marmolkuchen ist da kippen malteck timeout Ich habe ihn mit ihm geholfen, aber ich habe ihn mit ihm geholfen. Moment Leute, ich muss kurz tot empfangen, sonst vergewaltigt mich die Duellin noch. Hattest du willkommen am Schluss geholtet? Ja, oder? Und zählt das? Auch ja, würde ich mal sagen. Ich muss kurz gucken, ob der meinen Blumen hat. Tiga, dafür musst du sterben, das weiß ich schon. Ich halte meinen Maul. Der war echt auf cool da und hätte ich nicht gedacht. Oh Gott. Oh, hallo. Pick Totem, Digga, ich brauche Wenderm Blue. Mach den selber. Pack! Na los, Sprinte! Digga, wer ist alles hier? Ja! Das ganze Welt war hier, oder? Wie geht's dir, Dom? Alles gut für dich? Alles fresh, Brutti! Presidenziert mich. Du bist der leften Kraft. Du bist der Schmerzest. Ich bin schnell. Du hast wirklich viel Kraft. Ich kann mich nicht mehr so gut. Du bist dein Ding. Du hast gleich ge случай. Du bist dein Ding. Du bist des Erachtensbergen. Digga, kann sich der Support da eigentlich hier mal verpissen? Niiice, ulti Digga! Hey Ghost, we get to here! We come, we come! Ah, es wird bei dir! Hm. 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 Kuchen, Alter. Das ist ein Mord. Ah, freut mich, Doppel. Bei mir auch alles super. Daku. Äh, was ist der Daku? Ghost, meine ich. Marco. Bei mir auf der Arbeit heißt einer Daku, Alter. Schmiergeld, ja. Moga bezahlt mich mit 5000 im Monat, wenn jemand bei denen für 44 oder was kauft. Digga, ich wusste nicht, dass das Alina ranked ist. Das ist mir auch noch. Hey Rhythm. Welcome. Hey Rhythm. Ich bin cool auf den Shit hier. Ne. Aber der macht immer mal 500 Schaden, ist auch nicht schlecht. Schau ich auf. Rhythm. Lassen. Rank ist gut. Es geht ganz gut. Es ist, wie, echt lustig. In mir. Als ich einen Gold-Elo gerade sehe. Ich habe lustige Leute. Wir haben lustige Leute. Die sind schäuert, wenn ich dort in mir trong jungen. Hahahaha Dein blue buff gehört mir digger Hast du dich verstanden? Ja go de los Fanny You mean Ymir ADC like the old times What they did gold what the fuck Fannyer? Ja klar digger Müsst noch ne Hundeskin für Fannyer geben Das wär nice AK47 Fannyer Bad Dots Dots Your team has destroy the middle enemy tower Enemy missing Enemy missing middle Out fuck resor ist mein smurf i'm only playing with dino on my main dino is not here so i'm playing with my smurf how's your rank going did you reach diamond again in diamond too okay nice what the fuck nah keep going keep going is it okay in mid lane fuck me was geht bei euch aber so ich weiß gar nicht so schlecht Poseidon ist level 17 also an sich oh don't worry chip i'm sure you helped fuck me dude was dient in einem höhlenzweck natürlich die alles was wir hier machen hatten sind so 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 hot chica hot chica so 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 Ja, Digga, man braucht Ehre, um zu spielen, Bruder. Wo ist der Hund? Jo. Ja, Digga, ja, Digga, ja, Digga, ja. Das war mal ab. Ich hab nochmal geraten damit, nein. Den im Rechts den Phoenix, nice. Scheiße Pyro, Digga. Mach links. Du bist schon richtig, gell? Ja, ich weiß. Geht schnell. Digga, sogar Stream-Elements hast Trabby's gehört, Alter. Ja. Haben wir Pestilence? Haben wir Contagion? Okay. Ich sag, Healing ist gerade jetzt Nebensache wegen Chang'a. Okay. Hey Leon, was geht? Digga, ich war in der Spätigkeit. Ich war... Ich war... Arbeiten, arbeiten. Ich hab auf den Abschnitt. Ich war gerade über die Monarchie. Ich war bloß auf den Vordergrund. Fräulein ist ja noch nie. Ich war glücklich, wir haben einen. Wörter einбauen. Wir sind zum Beispiel mit dem Gehlaufen. Wir sind nicht für diese Gruppen. Ja, ich bin jetzt mit dem Gehlaufen. Wörter einblaschen. ja ok tut mir leid dass ich arbeiten war, nächstes mal war ich krank, ok? ja 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 Das war's für heute. Ich will ja nichts sagen, aber. Also ich will ja nichts sagen, Shirmi und Jule, aber Fendi ist broken. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.